So, und es geht direkt weiter. Zack, zack, da wird schon fleißig geschossen. Ja, weil er nichts kann. Wir haben die Führung verloren. Willkommen, immer hier unentschieden und verlieren und immer so einen Machtwechsel. Ja, auf jeden Fall schießt er denn da. Oh man, ich sehe nichts. Komm, geh schneller, Mann, jetzt. Wieso läuft denn der so lahm Arsch, wenn der geblendet wird? Kann doch dann trotzdem weiterlaufen. Ich muss auf Karte B. Genau, ja. Me. Komm, stirb. Die Vorräte sind unterwegs. Achtung, feindliche Aufklärung wurde gesichtet. Verbündete Cobra kommt. Verbündete Cobra kommt. Ja, keine Ahnung. Ich merke gerade, dass ich überhaupt nicht rede. Oh man, ich sehe nichts. Vorräte sind unterwegs. Irgendwie laggt das, glaube ich. Nein, ich will die. Oh man, da ist doch einer. Oh Mensch. Sag Volltreffer, kein Ding. Gern getan. Oh man, ich habe keine Munition. Was gibt es denn nicht? Oh man, ich habe keine Munition. الت dejaht. Wollte auf mich schießen, oder was? Mhm, mhm, hhm ... Wo sind die denn alle hingelaufen? Achtung, feindliche Aufklärungstrone gesichtet. Ziel ausgeschaltet. Oh man, gerade hat es voll gelaget und dann natürlich sehe ich das Ding dann nicht, ne? Torräte sind unterwegs. Und der Payglow kommt. Wechsle das Magazin! Ja, was? Der ist doch da hinten irgendwo. Hä? Das gibt es doch nicht. Boah, was leckt das denn auf einmal so stark? Okay. Ah, ja, das ist das. Ich bin jetzt kein Ding. Null cooling. Haha. Ach, das ist doch immer das gleiche. Okay. Komm, da sind jetzt vier Jungs. Also mit mir. So. Gibt auch. Wechsle das Magazin! Mhm. Mach mal. Ja. Ach, das gibt es doch nicht. Das war doch der Typ, der mich gerade ausgeschaltet hatte. Da war es ja klar, als ob. Ja. Hey, Sieg! Wow! Habe ich jetzt nicht gedacht. Boah, da bin ich auch noch letzter. Das gibt es doch nicht. So. Es geht direkt mit der zweiten Runde weiter. Yeah. Also der... Das habe ich... Ja. Mhm. Gefällt mir nicht so gut. Da habe ich schlechte Erfahrungen. Weil hier komische Leute rumlaufen. Naja, eigentlich im ganzen Spiel, aber naja. Ja. Na toll. Was anderes kennen die gar nicht. Yes. Boah, und diese übertriebene Macho-Musik, ne. Die geht ja mal gar nicht. Noch mehr Action gibt es hier nicht. Ja. Kommt ihr da wie so ein Rambo angejumpt, ey. Und messert mich! Was soll das? Boah. Nee. Außerdem hätte ich es jetzt nicht gegönnt. Aufklärungsdrohne online. Ach. Schon wieder einer von hinten. So, jetzt geht's ab. Hoppla. Danke, dass du mir den Kill geklaut hast. Naja, ich hätte ihn sowieso nicht... ...gekriegt. Haha, hättest du gedacht, wa? Ja. Ja. Ich war total... ...erwundet. Natürlich. Kann mir nix machen. Mann. Laube doch weiter. Oh, Mann. Haha. Natürlich weißt er, dass ich da in Ecke bin. Ist ja klar. Ist ja logisch, ne. Ist ja... Ist ja... Natürlich killt er mich direkt nochmal. Ist ja klar. Logisch, ne. Ist ja klar. Jaja. So, ich will den jetzt killen. Wo ist er? Ja, den hat, glaube ich, schon ein anderer... ...bekommen. Verdammt. Yes. Er war, glaube ich, schon verbrundet... Wo aber, keine Ahnung, warum der und jetzt auf einmal schnell... ...gestorben ist. komm rüber ja natürlich ich wollte grad weg ach ja das fast brennt ich habe es jetzt erst gesehen und er kriegt mich trotzdem ich kann mich wohl auch durch die wände schießen können ach man versteckt er sich da aufklärungs drohne online doch das gibt es nicht schon wieder der er steht jetzt auf meiner abschluss liste komm rüber mit ihr schön nach hinten gucken weil sonst kommt da ja wieder irgendein kumpel von dem und macht uns kalt zeitlicher luftschlag unterwegs ich war irgendwie stehen nee da gehe ich lieber nicht hin da explodiert irgendwie alles komm lass mich durch feindlicher Heind im Anflug komm triff doch mal ja alles klar Junge die schlafen da ist einer ach ja waren da zwei oder was ne einer natürlich hinter mir natürlich immer hinter mir niederlage was war zu erwarten ich glaube das passiert noch tausende mal und schon wieder letzter naja ja 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 ja